So liebe Freunde des Bautagebuchs der Red Bull Arena, heute wollen wir euch nochmal zu einem Rundgang mitnehmen, euch zeigen, welche Fortschritte wir gemacht haben. Wir beginnen wieder im Dammeinschnitt hinter dem Glockenturm. Zu meiner linken Seite sehen wir, ist das Gebäude schon in die Höhe gewachsen und zu meiner rechten Seite eben schon gut zu erkennen, der Stadion Fanshop, der hier entstehen wird, oben in beiden Gebäuden auf der Giebelseite, die Einschnitte zu erkennen, wo wir wieder eine Brücke einlegen, um die Wallkrone zu schließen. In den nächsten Tagen werden wir dann den Wall von hinten wieder auffüllen und ranarbeiten, um die Gesamtarchitektur wieder herzustellen. Das neue Gebäude der Ringerweiterung der Red Bull Arena wächst ausgehend aus der Tiefgarage weiter nach oben, die man im Hintergrund sehen kann, haben wir mittlerweile schon das Niveau der Ebene 5 erreicht. Wo Neues wächst, muss Altes weichen. Da das Gebäude der Ringerweiterung immer mehr an die Höhe wächst, stehen die ersten Bestandskioske im Weg, so wie der hier hinter Block 30. Wenn ihr hoffentlich bald zahlreich in den Stadion kommt, werden wir euch an der Stelle mit Temporan-Kettering-Strecken versorgen.